Hoy vamos a repasar los Pronombres Objeto Directo, los Pronombres Akusativo, Lo, La, Los und Las. Akusativ Pronomen. Wiederholen wir heute. Wir haben schon in einer Lektion, in der Lektion 51, über diese Pronomen gesprochen. Und heute wiederholen wir die Pronomen, machen wir eine Übung und vor allem heute werden wir nicht nur Präsens verwenden, sondern alle Zeiten. Also Vergangenheit, Perfekt, nahe Zukunft mit I, A, Verlaufsform. Alle Zeiten, die wir bis jetzt gelernt haben, werden wir zusammen mit den Pronomen üben. Als Erinnerung die drei Sachen, die wichtig sind, wenn wir über die Pronomen sprechen. Erstens müssen wir klar haben, dass im Pronomen Akkusativ, das heißt die Frage, die wir uns stellen, ist, was, ke, o, wen, a, kien. Das ist wichtig, um zu wissen, welchen Teil von dem Satz wir durch diese Pronomen ersetzen. Ke und a, kien, was oder wen. Die Formen kennen wir schon. Maskulin, Singular, Lo, Feminin, La, Mehrzahl, Maskulin, Los und Las. Lo, La, Los, Las. Männlich, Weiblich, Einzahl, Mehrzahl. Und die dritte Sache, die wichtig ist, ist, wo stellen wir diese Pronomen. Und wir wissen, die Regel für alle Pronomen ist immer, wir stellen die Pronomen direkt vor dem konjugierten Verb. Vor dem Verb, den wir beugen, den wir konjugieren. Es gibt zwei Fälle, wo wir eine zweite Möglichkeit haben. Und das ist, wenn in dem Satz entweder Infinitiv, Grundform, oder Gedundung vorkommen. Da können wir die Pronomen anhängen. Müssen wir aber nicht. Wir kennen es wie immer vor dem konjugierten Verb. Aber in diesen Fällen haben wir eine zweite Möglichkeit und wir können das anhängen. Ein paar Weihspiele. Voy a comprar un coche. Voy a comprar un coche. Da haben wir das konjugierte Verb, voy, und haben wir comprar, Infinitiv. Wenn wir un coche durch ein Pronomen ersetzen möchten, dann würden wir lo nehmen. Weil un coche, es ist männlich, es ist einzeln. Und dieses lo stellen wir vor dem konjugierten Verb, lo voy a comprar. Oder können wir es auch anhängen, voy a comprarlo. Oder können wir es auch anhängen, weil ich Gerundium in dem Satz habe. Muy bien. Sie sagen es auf Deutsch und sie sagen es auf Spanisch. Bei der Antwort ist immer ein Pronomen dabei. Wichtig ist, dass wir uns auf das Verb konzentrieren. Weil das Verb müssen wir raus hören, welche Person gemeint ist, damit ich auch weiß, welche Person bei der Antwort benutzen muss und welche Zeit. Also das Verb ist immer sehr, sehr wichtig in dem Satz. Bueno, pues vamos, vamos allá con el ejercicio. Vamos a intentarlo juntos. Pregunta. ¿Ya has leído el libro? ¿Hast du das Buch schon gelesen? Respuesta. Respuesta. Nein, ich habe es noch nicht gelesen. No, todavía no lo he leído. Todavía no lo he leído. Pregunta. ¿Está María leyendo el periódico? ¿Está María leyendo el periódico? ¿Liesto? Lies María gerade die Zeitung. Respuesta. Nein, sie hat sie schon gelesen. Sie hat die, die Zeitung, sie hat sie schon gelesen. No, ja lo ha leído, ja lo ha leído, el periódico masculino, no, ja lo ha leído. Pregunta, habéis visto mis gafas? Habéis visto mis gafas? Habt ihr meine Brille gesehen? Nein, wir haben sie nicht gesehen. Wir haben sie, die Brille, nicht gesehen. No, no las hemos visto, no las hemos visto. ¿Ya han vendido ellos la moto? ¿Haben Sie das Motorrad schon verkauft? Ja, Sie haben es diese Woche verkauft. Sí, la han vendido esta semana, la moto, ya femenino, sí, la han vendido esta semana. ¿Van ustedes a alquilar el coche? ¿Van ustedes a alquilar el coche? Verden Sie das Auto, mitten? Ja, wir werden es mitten. Ja, wir werden es mitten. Sí, lo vamos a alquilar, lo, el coche, lo vamos a alquilar. ¿Ves a mis amigas? ¿Ves a mis amigas? Siehst du meine Freundinnen? Nein, ich sehe sie nicht. No, no las veo. No las veo, las, amigas, ya, no las veo. Siempre pasáis tu marido y tú las vacaciones en Francia. Siempre pasáis tu marido y tú las vacaciones en Francia. Verbringt dein Mann und du den Urlaub immer in Frankreich. Verbringt ihr dein Mann und du den Urlaub immer in Frankreich. Nein, manchmal verbringen wir ihn, den Urlaub, in Griechenland. No, a veces las pasamos en Grecia. Las vacaciones, femenino plural, a veces las pasamos en Grecia. Ja, hast du das Essen schon vorbereitet? Nein, ich vorbereite es gerade. Ich vorbereite es gerade. No, la estoy preparando ahora. La, la estoy preparando ahora. O, otra posibilidad. No, estoy preparándola ahora. Angehängt. ¿Ya habéis enviado los paquetes? ¿Ya habéis enviado los paquetes? ¿Habt ihr die paquete schon geschickt? Ja, wir haben sie, die paquete sie, heute morgen geschickt. Sí, los hemos enviado esta mañana. Los hemos enviado esta mañana. ¿Dónde ha puesto tu jefe la carta? ¿Dónde ha puesto tu jefe la carta? Wo hat dein Chef den Brief hingelegt? Ich weiß nicht, wo er ihn, den Brief, ihn, den Brief, hingelegt hat. Ich weiß nicht, wo er ihn hingelegt hat. No sé dónde la ha puesto. No sé dónde la ha puesto. La, la carta, ya, femenino. ¿Va a tomar usted el café con leche o solo? Werden Sie den Kaffee mit Milch oder solo, alleine, ohne Milch, ¿no? Stark, schwarz. Ich trinke ihn, den Kaffee, ich trinke den ohne Milch. Lo tomo o lo voy a tomar sin leche. Lo voy a tomar sin leche o lo tomo sin leche. Wenn ich lo voy a tomar, benutze, da habe ich infinitiv, dann habe ich auch eine zweite Möglichkeit, ¿no? Und voy a tomarlo con leche, sin leche, perdón. Voy a tomarlo sin leche. ¿Ha comprado Marta los regalos? ¿Ha comprado Marta los regalos? ¿Hat Marta die Geschenke gekauft? Nein, sie hat sie noch nicht gekauft. No, todavía no los ha comprado. Los, los regalos, masculino plural. ¿Dónde habéis comprado la mesa? ¿Dónde habéis comprado la mesa? ¿Dónde habéis comprado la mesa? ¿Vas a visitar a tus amigos este verano? Willst du deine Freundin nächsten Sommer oder diesen Sommer besuchen? Ich glaube, ich werde sie im Sommer nicht besuchen. Ich glaube, ich werde sie, meine Freundin, im Sommer nicht besuchen. Creo que no los voy a visitar en verano. Creo que no los voy a visitar en verano. Voy a visitar. Da haben wir eine Grundform. Also, es gibt eine zweite Möglichkeit. Creo que no los voy a visitar en verano. Creo que no los voy a visitar en verano. Última pregunta. ¿Ha entendido usted las preguntas? ¿Ha entendido usted las preguntas? ¿Haben Sie die Fragen verstanden? Nein, ich habe sie nicht verstanden. No, no las he entendido. Las preguntas. Femenino plural. Las. No las he entendido. Hemos terminado el ejercicio. Und, wie hat es geklappt mit der Eibung? Hat es gut geklappt? Dann freue ich mich sehr. Und, wenn nicht, seien Sie bitte geduldig. Die Pronomen sind nicht einfach zu lernen und zu verwenden. Es ist völlig normal, wenn etwas nicht sofort klappt oder wenn wir etwas nicht sofort umsetzen können. Gewisse Sachen brauchen mehr Wiederholung als andere. Das ist alles. Also, bleiben Sie dran und wiederholen so viel Sie brauchen, aber ohne Stress, immer mit Freude. Muy bien. Pues nos escuchamos en la próxima lección. Hasta muy pronto. Adios. Adios. Bien. Pues entonces nos escuchamos en la próxima lección. Y hasta muy pronto. Adios.